Das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Das ist nicht mehr ein Job, das ist ein Lifestyle. Bei der Stütze 3 war es relativ speziell. Schon vor der Vorbereitung, wie und wann wir diese Stütze montieren können. Schlussendlich sind wir auf die Lösung gekommen mit einem 66 Meter hohen Obertreierkram, der über die alte Pendelbahn geht. Also der Ausleger geht, ob der Seil, ob der Kabin und oben drüber. Dass wir so die Möglichkeit haben, die Stütze sicher und effizient sind. Also wenn wir wissen, dass wir näher zur Bahn am Arbeiten sind, dann informiere ich am Morgen immer die technischen Leiter. Dass wir eine Funkverbindung aufbauen vor Stütze 3 direkt zu den Kabinenführern. dass wir ihnen sagen können, sie können normal fahren oder reduzierte Geschwindigkeit oder wenn mal etwas schief gehen, dass wir die Bahn anhalten können. Stütze 3 von Kabinen 3 kann ich fahren, antworten. Stütze 3 verstanden, du kannst fahren. Verstanden, ich fahre, Schluss. Jawohl, richtig. Stütze 3 Stütze 3 Hiya.